Hallo liebe Zichter! Wie angekündigt gibt es ein Video zu den kurzen Noppen. Heute wollen wir uns mit der kurzen Noppe auf der Vorhand beschäftigen. Wie wir es jetzt häufiger sehen, auch bei guten Spielern wie beispielsweise dem Vize-Weltmeister Matthias Falk und wollen uns also mit einem tischnahen Angriff spielen, mit einem kurzen Noppenbelag auf der Vorhand beschäftigen im heutigen Video. Nochmal kurz zum Thema Material, da macht es Sinn, dass man auch einen dickeren Schwamm spielt, also jetzt generell nicht ohne Schwamm oder so, ist eher für lange Noppe. Wenn wir jetzt einen kurzen Noppenbelag zum Angreifen haben möchtest, einen dickeren Schwamm haben, um das ganze tischnah zu machen und auch einen schnellen Belag zu spielen, der gar nicht so doll sich von einem normalen Belag unterscheidet. Also der Unterschied zwischen einem langen Noppenbelag und diesem kurzen Noppenbelag ist größer als zwischen dem kurzen Noppenbelag und einem normalen Belag sozusagen. Für das Video haben wir heute nochmal die Laura mit dabei, die nämlich genau das spielt. Laura, zwölf Jahre alt und greift mit der kurzen Noppe auf zu was für ein zweit, genau. Okay, auf geht's. Gut. 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 Junior, den Ball hat der ball eine etwas klartere Flugkurve, weil es jetzt mit dem Belag noch nicht so viel mit Bogen spielt, sondern eher gegen den ball frontal statt jetztal deswegen Sergeant Hubsen dagegen geht und dann einen klasse Konter spielt oder auch einen Schuss. Das war im Konter. Jetzt zeigen die mal drei Bälle. Nämlich den ersten Ball spielt genauer wie eben, den zweiten ein bisschen schneller und den dritten mal hundertprozentig schnell. Nicht in den Schuss da stehen. Ja, sehr gut, der steuert ist. Ja, öfter noch ein Netzroller, weil der Ball ziemlich platt fliegt und ich habe auch ein Netz geflopft, weil der dann am besten runterfällt, wenn ihr seht, von oben kommt, wie bei Rückhand auch, wenn man jetzt von oben ein bisschen runter geht, hat die kurze Noppe vielleicht auch ein bisschen Störeffekt, wobei das ziemlich gering ist bei dieser Noppe und darum soll eher gehen, dass sie jetzt schnell durch den Ball durchgeht und für Spieler, die eine gute Beschleunigung haben und vielleicht gern Kontern schießen, eine gute Option, denke ich. Und genau. Natürlich kann man damit aber auch schupfen und eröffnen, das wollen wir jetzt auch nochmal zeigen. Und zwar steht kurz ein Aufschlag. Alles klar, ja, gut. Bis zum Berg hin. Hat. Ja. Ja. Ja, das war das. Ja. 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 Ja, ja. 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 aber ich denke man sieht schon dass sie ein bisschen jetzt anders spielt als wie im gewöhnlichen belag man kann damit auch schnitt erzeugen und auch topspin mit spin spielen auf unterschnitt aber eben nicht ganz so viel rotation wie mit einem herkömmlichen belag aber dafür ist man nicht so doll auf die rotation anfällig und kann eben auch ein bisschen höhere bälle oder bälle mit weniger schnitt auch frontal einfacher schießen das können wir auch gerade mal zeigen ich bin ein paar das sind aber was da jetzt ganz wichtig ist um so ein ball schießen zu können der ein bisschen unterschnitt hat ist man dass man gutes timing hat also den ball möglichst probiert am höchsten punkt zu treffen wenn man ein bisschen zu spät trifft oder auch zu früh dann ist das ganze sehr unsicher und nicht so einfach machbar und man muss natürlich schnell da sein ja schnelle rehnung zum ball sonst funktioniert nicht ihr kennt bestimmt so ein paar spieler die auch auf unterschnitt schießen gibt es eine menge und die spieler meistens nämlich feste weil es sonst eben nicht so funktioniert und mit der kurzen opel ist noch ein bisschen einfacher als wie mit einem normalen schläger was man auch machen kann nämlich mit dem holz zu spielen mit dem holz durch den ball durch zu gehen und zu schießen also ohne belag drauf auch eine ganz gute übung da ist der effekt noch doller als bei der kurzen opel ist schwerer zu schießen aber da muss man wenn man den treffen möchte wirklich den ball genau am höchsten punkt erwischen und genau kurze noch bedenke ich für ein plastikball schon eher von vorteil als von nachteil weil das spiel ja ein bisschen schneller wird ein bisschen athletischer also generell werden spielerathletischer und das spiel wird jetzt nicht unbedingt schneller aber ein bisschen länger schnitt im ball wollte ich sagen und genau da kann man dieses tischnahe spiel mehr gegen den ball gehen ganz gut machen denke ich auch wie man es schon bei guten spielern mittlerweile sieht in der welt gibt es schon viele gute nachwuchsspieler mit der kurzen opel oder auch die beiden herren der matthias falk von dem ich euch auch noch mal ein paar videos in der beschreibung verlinke und genau dann holst du dabei war es laura wir werden vielleicht auch noch mal zu allen diesen themen ein gewündeltes video machen zum thema kurzen opel wir hatten jetzt ja schon drückhand kurzen opel wir hatten schon allgemein kurzen opel heute soll es noch mal speziell um die vorhand gehen und dann bedanken wir uns fürs zuschauen freuen uns wenn ihr auch im nächsten mal einschaltet und bis dahin